ja also war kurz hier oder hier aus ja hier ist auch hier ist doch Marmor und hier so ein Ebenen das ist sein alles auf der Höhe ist so wo ich jetzt hier da brauche Dankeschön aber nur bis meine wenn du noch schaufeln hast würde ich weitermachen aber das war ich nur bis die hier kaputt ist da passt schon mehr Brot und er war es war nicht so ich erwarten Prozent Redstone Oberg mein Redstone geht langsam aus das gefällt mir gar nicht 2 da liegen Kobblestones rum ja die habe ich gerade eben hingeschmissen bis jetzt schon an dem Punkt wo du nicht mal mehr Kobblestones brauchst da ich habe und noch steckweise kaum bestellen oder beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr aber es ist mir gesagt scheißegal welcher wird ich dann brauche nach in diesem Schmeichmann kurz weg wie weit geht ein Grundstück ist eigentlich bis zu diesen komischen in den Ofen Prozent ich habe vier Fackeln gesetzt oder sonst zu finden da hinten da hinten alter Prostik andere Fackel ich finde sie nicht glaube ich weiß auch nicht wo sie ist das so ich brauche Pulverweiß Obsidian und die 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 so ist so macht herr von mir doch Spaß aber für mich meine ich ja wenn ihr mir noch geschaut wird jetzt mach ich weiter Spruch ist der Kreise ja okay wenn du meinst meinnummern was soll es am meisten das hast du auch die Schaufe mit der geht schön schnell oder Robby dann näher war kurz hier ist noch eine drin hier ist noch eine eine grüne Saphir da unten sind noch zwei Steinschaufel die nämlich noch sich mehr auf mal da links der Umachters rum weiter und jedes Loch solltest du vielleicht auch mal zu bauen ja Marie noch ach ich muss hier erst mal schauen so ah hier muss auch noch mehr in den Boden austauschen weil hier stein drunter ja das macht ja alles noch so das ist er sagt für ihn dafür brauche ich habe Glas und dafür brauche ich zwei Obsidian und ein Lied Inge okay du hast nicht so für ihn noch irgendwo Lied Inge zu oder doch das ist auch diese lila nennen oder ja ja da habe ich noch welche zu Hause musst du holen vier Stück okay mach ich hier ja habe ich aber nicht generell brauchst du dir selbst für irgendwas oder ich brauche zurzeit gar nichts außer vielleicht Eisen für eine Rüstung etc und Erde ja Erde und Marble und Marble äh wo haben wir es denn hier äh Lied in oder Lied oder Lied oder ich lass dir mal ein bisschen Popchopter Popchop ach so Popchopter auch gleich Lied in der Kette auch wieder gleich mehr Kisten okay ich weiß gar nicht was bei äh die Tiefen Zeichen kommt dafür dass eine Versprecherverein ist ob sie einfach auf und auf aufzunehmen ich weiß nicht ja wir können ja noch die eine Folge jetzt zu Ende machen bei dir ja aber das mindestens okay danach soll ich auch ja mal was anderes machen jo von mir aus gern ich lasse in m aber nebenbei eh noch die andere Folge mit hoch so ich bin ein bisschen Holzfarben hier mit meiner überachs des Todes du kannst um ein Grundstück herum den ganzen Wald abhackeln und mein Grundstück ist doch so hässlicher Wald rum ach was weiß was ich brauche nicht mehr Holz ich bin so blöd ich nehme ja einfach meinen Minium Stone den ich hier rausgetan habe mit dem kann man ja irgendwie was machen ne ja man kann damit aus ob sie hier einfach Holz herstellen Junge du hast du bist viel obsidieren war schon ein bisschen und wenn ich jetzt hier noch ein Kohle irgendwo ähm hersteller kurz dann kann ich mir das sogar noch gleich beraten mit demjenigen so dass jedes Geiste aber es wird schon nacht macht dann kurz wie nachher kurz um rüber gehen und schlafen kann ich gleich machen wenn meine letzte Schaufel kaputt ist jo ja die Erde sollte auf jeden Fall reichen mhm hast du vielleicht noch ne Feder die ich mir so nen Zaubertisch machen kann oder muss ich Wünchen suchen hä wie so nen Zaubertisch machen ja diese Feder da ach so ähm ja ich hab Federn eine kannst du hier von mir aus gerne rausnehmen dein der Bücherregale schweben jetzt in der Luft äh passt schon mein Zaubertisch wahrscheinlich auch oder noch nicht hier Flo Fehler Schmeißung wohin du brauchst noch 10 Sekunden Glasflächen aber Glasflächen aber Glasflächen wie macht man die nochmal ähm aus drei Glas bei der muss gleich ich bin doch Arne das ist egal ich benutze gleich einfach das mehr um ein paar Tintenfische zu fahren jo ich ja nicht mehr dein Grundstück nö also müssen es äh relativ egal wenn auf meinem Grundstück keine Tintenfische sind das ist eher praktisch ein Duct-Schutzmittel passt wo ist das Nervig so jetzt gehe ich erstmal schlafen warte warte er wartet ich will noch kurz vorweist Obsidian und das liegt da rein tun so jetzt muss ich es zu Abtick boah so ziemlich steht der Bett immer noch da ich hab noch nicht mein Haus soll ich es mitten auf der Fläche hinstellen wenn Creeper nachts kommt oder Zombie mh vielleicht nicht ganz so geil und frag bitte nochmal warum ich mein Haus äh mein Bett immer noch bei Aptics hab warum hast du dein Bett immer noch bei Aptics die Frage hat sich von selbst geklärt weißt du doch vergiss es so ich penne ich frage nicht mit deiner Logik äh warte kurz waaa bam jetzt ich auch mit einem richtigen Slam dann hab ich mich ins Bett gelegt ne Frage wenn ich einfach Rubberhood äh Rubberhood Rubberhood übereinander stapelt ähm spawnen trotzdem diese Sticky Riesen dran ihhh nein tun sie nicht lol wo es mein Haus nicht lassen da das ist mehr ich hab nichts genommen ich weiß ich mein nur hier das ist irgendwie verschwunden so wie deine Kiste voller irgendwas was war das nochmal ja lol das schmilzt durch aber das das was rauskommen soll kommt nicht benutzt du deinen magischen Ofen? ne das ist ein Buildcraft Teil hä? was zum Teufel? wieso? wieso nicht? ja weil das hier einfach nicht funktioniert das okay wenn wir noch mal ein bisschen mehr ob sie hier durch hatten öh das kann weg ich sammle die ganze Zeit diesen Nerven Seeds wieder auf oh kannst du mir denn überhaupt mal die ganzen Rezepte von Zauberdings sagen ich weiß es doch nicht auswendig ich weiß es doch nicht auswendig so viel such dir in der Internetseite da gibt es jede Menge und da stets drin hast du auch eine benutzen? ihhh teilweise größtenteils weiß ich ein paar Anfänger Rezepte aber die weiß ich noch auswendig aber so 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 viel Zeug wieder ich bin immer noch ein Level 30 ich brauche irgendwelche Viecher die ich klingen kann weil dann würde ich nämlich ganz gerne hier mein Schwert verzaubern wenn das nämlich Charging drauf kommt ja wo dann dann Dungeons suchen? nee warum nicht? hier unten ist sogar noch ein Dungeon von dem ich einfach kurz die Fackeln abmachen kann du kannst mir gleich die Richtung sagen wo du noch nicht warst dann geh ich da noch mal lang jo oh das ging schnell Zuckerrohr wächst gleich schnell auf Erde und Sand oder? ich weiß nicht aber ich glaub schon es gibt ja Gerüchte dass es auf Sand schneller wächst ich weiß aber nicht genau das wegen ich bin auch nicht so hobbylos und stell mich da hin und guck wann es schneller fertig ist wär auch etwas merkwürdig komm oh Alter all Erfahrung belongs to me er ist auch ein bisschen zu hell glaube ich bin der Facilier jetzt wird mich zum Beispiel etwas schneller spawnend sag's A standalone zu tun ich hab's jetzt so machen mit Phantom Rüstungs Board und ich tötete ja natürlich weil so mit dem mit Phantom Rüstungsform können sie sein aber es möchte denn die Gasse spawnen jetzt Elton ist eine Fackel wie viel Abstand brauchen wir wollen der Baumwärtslinge wenn ich weiß nicht genau fünf Blöcke oder sowas was glaube ich okay ich finde es geil ist das Wort dass sie viel Flächenschaden macht da stehen fünf Zermin sie miteinander und du haust sie auf einmal weg ja das ist ein Schwert bist du stark relativ würde ich sagen also geht es auch kaputt irgendwann ja es geht auch irgendwann kaputt geht es auch kaputt wenn man diese Windattacke macht soweit ich weiß ja haben Alotar die aus Nasen Zombies doch bewohnt sein wie war Freundchen so ist wieder 27 das dauert es immer mehr so ein bisschen nicht nur immer so ein bisschen warten muss gleich noch so anfangen also nicht so viel ziehungsweise ich ero abdichte der gesagt dass ein Portion benutzen wenn ich auch aufpassen und und so weiter und so fort und ich hole mir jetzt einfach den Spawner nach oben ja eben aber ein ero von mir aus nicht in die Richtung welche Richtung warst du jetzt in Richtung Nordwest und ich war in Richtung Norden und du Richtung Süden war ich noch gar nicht Richtung Süden gehe ich denn hinterher mal okay ja mach das so weiter fertig vorbeischauen ist doch mal ist so ich noch ein bisschen ist ein ganzes Grundstück schöner nein wie ihr beide schon zwei hat und ich noch kein bisschen irgendwie ich hab abtix zwei und drei Zäune geschenkt die kannst du dir nehmen in der Person ich hab hier sogar noch 31 ich will die ganz schar ja dann kannst du mir das schon vorbeibringen aber an sich... kannst du sie abholen? ja ich glaube da hat er die Portilgan in seinem ja gleich ich will mir nur kurz... wenn er schon seine Port gar nicht hat will ich ein paar Schweine in die Schnitzel gehen du Lümmel na was dann darf ich auch machen hier liegt jede Menge gebratenes Schweinefleisch rum das... ich bring dir gleich ein bisschen geschenkt mit so... bin bei dir ja guck in die linke Kiste das sind irgendwo unten rechts... eine rechte Zäune ich sehe einen... nee dann ist in der anderen Kiste drin ich lass dir dafür mal einen halben Steak gebratenes Schweinefleisch über ja danke bitte ich trage immer ein ganzes Steak bei mir rum so unendliche Wasserquelle alter jetzt habe ich viel zu viel Erde das ist gut haha tja und dein Grundstück ist zu sauber bei mir ist noch nicht ganz fertig und dein Grundstück ist zu sauber ja super ähm Schweine müssen sterben auch Koppelstone ooooh ich muss schon wieder irgendwas fahren äh egal wenn das hier ist dann gleich mal ein bisschen durchpulveriert hat komm das eine ob die gerne noch kurz machen die ganzen Grund ähm stoppen nicht ich hab Eisen und so so zwar weil ich hab kein Koppelstone und kein Sand und keine Erd und ich brauche es also außer Erde brauche ich jetzt wieder alles das ist ein bisschen scheiße kannst du mir vorbeischauen unten bei meiner Turtel äh sind Koppelstone? ja wie sind das viele? ah ja ne 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 ich weiß was eine Mining Turtle farmt an Koppelstones allerdings ähm ich hab mal ziemlich viel rausgenommen ich weiß nicht ob da gerade so viele drin sind und ich hab's schon länger nicht mehr laufen lassen ansonsten muss man den Kisten ein bisschen durchschauen irgendwo ist sicher noch Koppelstone drin ja denke ich oh jetzt hast du ein hässliches Boot aufgenommen hier hier schenkt dir sogar noch 6 Blumen ist das da Müll? schau mal her schau mal hui schau mal du stirbst jetzt bye bye Koppelstone kann gar nicht hier ich kriege keinen Fall Schaden das Boot fliegt mir gleich runter bei dir Koppelstones 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 Koppelstone Koppelstone erstmal genug Energie rein damit mir jetzt nicht nochmal passiert was davor passiert ist so wo meinst du denn wo geht's denn bei dir runter? das ist da rein ähm wenn du mal schaust hier hinten da ist so ne Treppe ähm dein Flachs wächst übrigens nicht mehr seitdem ich das vorher irgendwie benutzt habe ja das braucht einfach ne Weile aber das ist nicht ich dachte ich hab's du hast ja nicht irgendwas falsch gemacht oder sowas ja wie komm ich jetzt am besten zu deinem Dings da runter hä? was soll das? bei mir kommt da kein Pulp ich versteh das einfach nicht ähm würdest du mir erklären wo deine Mining Turtle meint hier ist nicht so ne Treppe und hier die endet hier und runter springen möchte ich jetzt auch nicht gleich 400 J Pulverweist Obsidian Pulverweist Lead ich probier's mal damit wenn's mit Lead in geht nicht funktioniert dann mach ich's halt mit dem anderen äh Teil ja meine Mining Turtle ist da wo du jetzt gerade warst ja wo ist sie? ja die stand die da ist ne Kiste und da ist wenn schon das ganze Zeug von oben ja aber wo ist die Kiste hier oben ist keiner ja auch nicht da oben sondern da unten wo du wo die Treppe war hab ich doch grad eben gesagt ja ich hier geht's lang da ich hab doch gesagt hier ist die Treppe da musst du jetzt runter gehen und da ist ne Kiste ich bin hier so ne Treppe runter gegangen ne die Treppe nicht brauchst du Kies? ne wirklich nicht ne wirklich nicht ich würd's nicht